Ja, Sina Frey, 4. hier in der Lanzenheide, für deinem ersten Elite-Rennen hier in der Lanzenheide. Beschreib mal, wie war es das, von diesem Publikum zu fahren? Ja, es war mega lässig, mega motivierend. Viele Leute, die ich kenne, sind hier. Und es hat mir sicherlich noch zusätzliche Energie gegeben. Wie war das Rennen für dich? Zuerst ein bisschen hinten gefahren, dann gleich wieder souverän vorgekommen. Hat eigentlich sehr souverän gewirkt? Ja, ich habe sicher versucht, nicht von Anfang an zu pacen in der Startrunde. Da habe ich noch ein paar Mal die längere Linie nehmen, weil vor mir andere Fahrerinnen gestürzt waren. Das hat mir dann sicherlich auch noch ein bisschen Zeit gekostet. Aber schlussendlich konnte ich wirklich nur aufholen und gegen das Ende noch mal zulegen. Jetzt ist noch ein Weltcup-Rennen, das ansteht. Aber ich glaube, man kann jetzt schon ein Fazit ziehen. Die erste Elite-Saison, die ist mehr als Glück. Ja, es ist sicherlich mega lässig. Ich habe jetzt schon das dritte Mal aufs Podest fahren können. Und ja, das ist sicherlich mega motivierend für die nächsten Rennen noch. Danke und gute Erholung. Danke.